Wir schauen uns heute das nagelneue Tricera Tops Modell von RICO an. Ich bin Mirko, das ist Prehistoric Zone und viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Ja meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Review. Ich habe jetzt lange nichts mehr hochgeladen. Es wurde auch viel Neues angekündigt, es kam auch viel Neues raus. Eine der Neuheiten packen wir jetzt hier auch mal aus. So viel dazu. Vielleicht erinnert sich ja der ein oder andere. Und zwar hatte RICO auf der Spielwarenmesse 2024, die ich besucht habe, diese neuen Figuren vorgestellt. RICO hatte ja vorher immer eher so weiche Figuren, also die waren halt so gummiartig, für Kinder zum Spielen. Und ja, auf dem Stand selbst wurde ich dann mit fünf Figuren überrascht. Das war einmal dieser Tricera Tops hier. Dann hatten wir dort auch den Brachiosaurus, etwas größere Verpackung. Und wir hatten den Mosasaurus, der T-Rex und der Dimorphon ist leider noch nicht erschienen, beziehungsweise noch nicht rausgekommen. Jedenfalls diese fünf Figuren wurden vorgestellt und sollen halt eben einer Sammelserie entsprechen, beziehungsweise auch eher Sammler ansprechen. Hier wird natürlich mit einer detaillierten Bemalung beworben und auch, dass es halt wissenschaftlich alles akkurat ist. Jedenfalls ist mir RICO auf den Stand mit den Modellen sehr ins Auge gestochen, da man halt eben diese Modelle nicht kannte, beziehungsweise von RICO nicht kannte. Und dementsprechend bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ob die Modelle das halten, was sie versprechen und wie sie eben, wie die Prototypen halt eben aussahen. Und ja, dementsprechend gehen wir mal rein. Wir packen das Ganze aus, machen hier auch ein kleines Unboxing draus, da das halt eben diese Produktneuheiten sind. Und los geht's, würde ich mal sagen. Geliefert wird das Ganze hier in Pappe, also ganz normal, wie es How Long Good und alle anderen halt auch haben. Und dementsprechend nicht einfach in der Folie, wo die Figuren dann im Karton irgendwie überall anecken und eventuell Farbabrieb haben, wie es manch andere Hersteller immer noch haben. Ob es jetzt Umweltverschmutzung ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber der Figur tut es auf jeden Fall gut. So, dann ziehen wir mal den Pappschieber hier ab. Jetzt abgeht das ganze Ding hier. Jawohl. So, dann haben wir hier ein weißes, eine weiße Pappe. Ne, steht nichts Besonderes drauf. Und da ist dann auch schon die Figur. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Wir haben hier eine schwarze Karte. Mal gucken, wie sie... Oh, die ist sogar nicht aus Pappe, habe ich das Gefühl. Die ist leicht strukturiert, tatsächlich. So was mag ich ja, wenn Hersteller so kleine Gimmicks beilegen und nicht einfach nur die Figur drin ist. So wie es Dynotream auch teilweise bei ihren ganzen Modellen hatte, beziehungsweise haben. Ist schon ein sehr cooles Gimmick. Und ja, das Modell, das Triceratops, das kriegt ihr für ungefähr 22 Dollar im Ausland zu kaufen. Hier in Deutschland gibt es die Teile noch nicht tatsächlich. Ja, und das Triceratops hört auf den Namen Marsch, natürlich von ReCore. Kommt in der Scale 1 zu 35 und ein kleiner Begleittext hier ist auch noch mit dabei. Ist wie gesagt schon sehr interessant, das Ganze mit der Karte. Was die Sterne hier zu bedeuten haben, das kann ich so jetzt noch gar nicht sagen. Vielleicht finde ich es noch raus. Ja, dann legen wir die Karte mal weg und packen das gute Stück mal aus. Es kommt hier in einer Folie geliefert tatsächlich. Haben hier drinnen noch so einen Plastikplister drinnen, dass die Figur halt da drin liegt. Ganz normal, wie man es kennt. Und legen das Ganze mal zur Seite. Dann haben wir hier die Folie und holen den Triceratops mal raus. Und ja, hier ist das gute Stück. Sieht auch tatsächlich genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe. Also wie wir es jetzt auch auf der Spielwarenmesse dieses Jahr gesehen haben. Ist schon sehr interessant, das Ganze. Die Bemalung ist ein bisschen kräftiger als auf den Bildern tatsächlich hier. Wenn man hier mal vergleicht mit der Farbe. Ist schon ein bisschen heller. Mir hätte es so ein bisschen besser gefallen. Ist jetzt aber auch kein Hals- und Beinbruch. Ich meine, das sind die ersten Figuren einer neuen Serie. Die haben sich hier wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Muss man wirklich sagen. Also sehr, sehr gut, was die hier zustande bringen. Gerade wenn man vergleicht mit dem Triceratops von Schleich oder sowas. Habe ich jetzt leider hier nicht da. Ist das schon sehr gut für den Preis. Bin gespannt, wie viel die Teile dann auch hier in Deutschland kosten werden. Wie gesagt, Scale 1 zu 35. Wir schauen uns dann auch mal die Maße an. Das Ganze hat eine Länge von ca. knapp 20 cm. 20,5 cm. Und eine Höhe von ca. 9 cm. Beziehungsweise am Horn fast 10 cm. Die Hörner sind vorne an der Spitze flexibel. Der Rest ist relativ hart tatsächlich. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Und wir beginnen wie immer beim Kopf. Und ja, tatsächlich haben wir hier einige Details. Das Auge ist relativ weit drin. Ist auch gut bemalt. Also hier ist nichts übermalt worden bei der Pupille. Auch die schwarze Pupille, der kleine Klecks, sieht sehr schön aus. Wir haben dann hier nochmal am Schnabel nochmal eine etwas glattere Stelle und das Nasenloch. Das Nasenloch ist auch bemalt. Dann haben wir am Kopf hier eine relativ raue Hautstruktur tatsächlich. Die sich halt über das Nackenschild zieht, wie man sehen kann. Auch hier die Unterteilungen sind sehr gut ausgearbeitet. Wenn man das hier mal so anschaut. Stechen sehr, sehr schön raus. Am Schnabel sieht das Ganze dann auch so aus. Der Schnabel hat Riefen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben am unteren Schnabel eine etwas dickere Naht. Das hätte man vielleicht ein bisschen sanfter lösen können. Sieht dennoch sehr gut aus. Auch am Unterkiefer sehen die Details sehr gut aus. Wir haben hier ein kleines Schuppenspiel drin. Wenn ich hier ein bisschen Schatten werfe, sieht man das tatsächlich sogar nochmal besser. Auch das seitliche Horn hier an der Seite. Da sieht die Bemalung auch sehr schön aus. Die Farben gehen sehr gut hier ineinander über. Wir haben hier klar das kräftigere Muster. Ist etwas unnatürlicher, als wenn man es ein bisschen mit Farbverlauf gemacht hätte. Wirkt jetzt aber auch nicht ganz so unrealistisch. Von daher sieht das alles schon sehr toll aus. Im Maul selber ist auch die Zunge unterteilt. Es ist komplett bemalt worden im Maul. Sieht wunderbar aus. Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, ob Driceratops Zähne hatte. Im hinteren Teil hat er keine Zähne. Auf der anderen Seite sieht das Ganze dann genauso aus. Also wenn ich hier den Schatten werfe, sieht schon sehr toll aus hier mit den ganzen Schuppendetails. Für den Preis absolut gerechtfertigt. Sehr, sehr schön. Die Hörner, ja, die sind ein bisschen verbogen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie eher nach vorne stehen sollen oder eben diesen Teufelskopf haben, beziehungsweise diese Teufelsform. Sieht jetzt aber auch nicht schlimm aus oder sowas. Kommt trotzdem sehr schön daher, wenn man das Ganze jetzt hier hinstellt. Ist auf jeden Fall eine schöne Kopfgestaltung. Definitiv. Am unteren Kiefer, beziehungsweise unterhalb des Kopfes, haben wir dann hier nochmal eine Zusammensetzungsnaht. Die erkennt man deutlich. Der Hals ist etwas röter hier. Auch die Farbverläufe sind sehr schön gemacht. Auch hier zur Brust hin haben wir hier auch ein paar Hautfalten. An der Brust hier haben wir auch ein paar Hautfalten. Hier haben wir auch nochmal so eine Schweißnaht, die sich hier runterzieht, aber die erkennt man wirklich kaum. Die Falten ziehen sich hier tatsächlich bis zum Schwanz entlang. Sieht sehr schön aus. Also, dass das hier auch nochmal so ein bisschen unterbrochen ist, die Struktur. Sehr, sehr schön. Hinter dem Nackenschild sind auch noch Details vorhanden. Das ist auch schön, dass Sie das hier so ausgearbeitet haben. Auch das hintere Nackenschild sieht sehr schön aus. Man sieht, dass der Kopf zusammengesteckt wurde. Ja, aber so genau guckt man dann meistens auch trotzdem nicht hin. Am Körper kommt dann eben diese gelb-beige Farbe sehr, sehr krass zur Geltung, wie man sehen kann. Also, da hätte mir hier das Braun doch definitiv besser gefallen. Und auch hier sieht man halt eben die Farbverläufe. Also, es ist jetzt nicht ganz so hart wie bei dem Modell. Hier hat man halt diese harten Streifen. Ist auch ein bisschen übersprüht hier. Wäre jetzt nicht so aufgefallen, wenn man eben diesen harten Streifen einfach, ja, im Verlauf gemacht hätte. Dann wäre das nicht so tragisch gewesen. Dementsprechend ist hier noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Ich bin mal gespannt, wie es beim Brachiosaurus sein wird. Da der hier auch eher Streifen hat, die halt eben aufgesprüht sind. Beziehungsweise, wo man halt eben nicht noch diese harte Kante hat. Hätte ich sogar besser gefunden, wenn eben diese Striche einfach weg gewesen wären. Also, dann wäre das mit dem Übermalen gar nicht aufgefallen. Trotzdem haben wir hier sehr viele Hautfalten. Auch das Bein sieht sehr schön aus. Auch die Pose, dass es so angewinkelt ist. Die Füße wirken ein bisschen glatter. Ist aber auch in Ordnung. Unterhalb sieht das Ganze dann genauso aus. Wir haben hier unten Struktur. Sieht sehr schön aus. Hier auch noch eine kleine Hautfalte. Am Körper selber zieht sich dann die Schuppenstruktur immer weiter rüber. Bis zum Hinterbein. Hier wird das alles dann ein bisschen gröber, das Ganze. Also, hier haben wir auch noch mal mehr Auswucherungen. Wenn ich jetzt hier den Schatten werfe, sieht man deutliche Vertiefungen in der Schuppenstruktur. Sieht sehr schön aus. Das ist sehr gut gemacht. Dann das kräftige Hinterbein, das hier eben schmäler wird. Wir haben hier eine fette Wade tatsächlich. Das Bein an sich sieht wie das Vorderbein aus. Wobei es teilweise nicht ganz so glatt ist und ein paar mehr Details aufweist. Hier haben wir auch das Knie, beziehungsweise die Hautfalten vom Knie. Die sehen sehr gut aus. Auch innen alles easy peasy. Das zieht sich dann auch hier hinten beim Schwanz. Hier haben sie auch noch mal so einen kleinen braun-rötlichen Ton, der auch hier vorne vorhanden ist am Hals. Das zieht sich dann bis, ja sag ich mal, zwei Zentimeter auf den Schwanz. Und dann geht es hier weiter mit dem beigen Ton, beziehungsweise mit dem gelben Ton. Auch diese harte Kante am Rücken haben sie eigentlich, ja, das ist auch ein bisschen übermalt worden. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Also tatsächlich muss ich auch sagen, es ist die allererste Figur, beziehungsweise einer der ersten Figuren aus der neuen Serie. Und man kann sich nur verbessern. Deswegen bin ich da meistens auch relativ entspannt, was das angeht. Ich meine, wenn sie jetzt zum Vergleich, keine Ahnung, schon 50 Figuren rausgehauen hätten, die das eben nicht aufgewiesen hätten, dann hätte ich gesagt, okay, muss das sein. Aber das, kein Problem. Sieht sehr schön aus. Auch die Schwanzspitze, die Schwanzspitze ist relativ glatt hier vorne. Da wäre es ein bisschen schöner gewesen, wenn sie es bis ins Detail modelliert hätten. Also so ein paar Riefen noch reingemacht hätten oder sowas, aber ist jetzt auch nicht tragisch. Auf der Seite sehen wir hier nochmal unterhalb die Riefen sehr schön. Hier geht es dann auch nochmal lang mit einer Hautfalte, beziehungsweise mit einer Ader, die sich dann hier trennt, beziehungsweise aufteilt. Haben dann auch hier hinten nochmal Hautfalten. Hier in der Kniekehle sind auch schöne Hautfalten, eben durch diese dynamische Pose. Hier ist die Farbgebung etwas unterbrochen, wenn man näher rangeht. Da sieht man hier, im Schlitz wurde es nicht bemalt. Da wurde dann halt aufgehört und dann versucht, relativ nah wieder weiterzumachen. Ist eine kleine Sache. Kann man drüber hinwegsehen zu dem Preis. Von daher geht es hier dann auch so schuppenförmig weiter. Sehr schöne Details auf dem Körper. Und auch vorne sieht das Ganze ordentlich aus. Am Hals selber haben wir hier auch nochmal sehr viele Hautfalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auf der anderen Seite ist. Auf der anderen Seite haben wir es jetzt nicht extrem gesehen. Aber hier auf der Seite sind sehr viele Hautfalten vorhanden. Super, super schön. Das zieht sich dann halt bis zum Nackenschild hier hoch. Und im Nackenschild, wie gesagt, schöne Details. Und auch hier sieht man nochmal, dass die Hörner auf dem Schild ein bisschen abgetrennt sind. Von daher, es ist ein wirklich schönes Modell. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich die anderen beiden noch auspacke. Und wann der T-Rex und der Dimorphodon erscheinen werden. Wir vergleichen das Teil jetzt nochmal mit ein paar anderen Figuren. Also, bleibt dran! Ja, das Driceratops Modell von Recur weiß zu überzeugen. Wir haben hier wirklich eine sehr schöne Qualität von dem Modell geboten. Wie gesagt, das sind die ersten Modelle, die jetzt erscheinen werden, beziehungsweise schon erschienen sind. Noch nicht hier in Deutschland. Aber dennoch wirklich wunderschön. Klar, die Figuren haben hier und da Ecken und Kanten. Trotzdem nichts, was man nicht hinbekommen könnte. Gerade was die Bemalung angeht, ist das alles noch ein bisschen verbesserungswürdig. Da wünschte ich mir wirklich, dass Recur daran arbeitet, dass die dann halt eben so aussehen wie auf den Verpackungen. Weil dann ist das wirklich 1A. Dennoch ist das ganze Teil wirklich sein Geld wert. Wer hier einen Driceratops mit einer schönen Skulptur haben möchte, ist hier wirklich bestens bedient. Gerade auch im Preisvergleich sticht das Teil bei den Konkurrenten dann halt doch nochmal sehr raus. Als nächstes werden wir dann den Mosasaurus auspacken. Und dann auch den Brachiosaurus. Die anderen beiden Modelle, den T-Rex und den Dimorphodon, werden wir dann auch auf jeden Fall auf diesem Kanal auspacken. Deshalb vergesst nicht zu abonnieren und sagt mir auch mal eure Meinung zu dem ganzen Teil hier. Des Weiteren würde ich an dieser Stelle auch nochmal eine kleine Eigenwerbung machen. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen meinen Merch Shop gelaunt. Hier findet ihr einen Haufen an T-Shirts mit verschiedensten Designs. Ich bin noch lange nicht fertig mit dem Hochladen. Hier werden auch immer wieder neue hinzukommen. Auch ist meine Outdoor-Fotografie dort vertreten. Also wer Bock auf schöne Toy-Fotografie hat, beziehungsweise schöne Dinosaurier-Bilder, die sehr realistisch wirken, ist hier auf jeden Fall bestens bedient. Und noch dazu unterstützt ihr mich und diesen Kanal. Jedenfalls lasse ich euch den Triceratops jetzt nochmal 360 Grad drehen und bin hiermit raus. Also macht's gut. Ciao. Ciao.